Willkommen in Andris' Zauber-Channel. Ich möchte euch heute das Spiel Tennis for One Person vorstellen. Das Spiel ist erst gestern online gestellt worden. Ist von dem Programmierer Mizi. Ja, ist eine wirklich tolle Sache. Eine tolle Sache. Macht wirklich Spaß. Ja, ich probiere das hier gerade zum ersten Mal aus. Also ich liebe diese Schlagbewegung nach oben. Das sieht wirklich, wirklich krasse aus. Ja, ich muss das noch ein bisschen üben. Aber, ja, das macht wirklich Spaß. Ist auch wirklich grafisch sehr gelungen. Leute, also ich kann euch das Spiel Tennis for One Person nur empfehlen. Und, ja, bleibt beim Zauber-Channel dabei. Ich werde weitermachen. Und, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und sag erstmal, ja, bis bald.